Klöppchen größer. Zirka fünfmal in der Woche sind... Also 500 sind 2000 im Monat, ohne Steuern, zusammen 4000 plus das Trinkgeld. Das ist schon viel Lieblingsgetränk. Aber wir geben nicht unsere echten Namen an. Aber ist okay, oder? Wirkt harmlos. Auch nicht die Adresse. Lieblingsküche. Du bist mit Sauerkraut. Beim Essen kannst du schon die Wahrheit sagen, wir müssen nachher was runterwürgen, was nicht ausstehen kann. Gib dir den Job. Der ist gut zum Anfang. Meine Frau, die siehst du, ist schon dort. Ich bin noch nicht fertig mit Ausfüllen. Eine Stunde hat er gebucht. Und... Taxi ist gleich da. ... ...